Ich habe ein Smartphone seit einem Jahr, weil man ohne diese Kommunikationsmöglichkeiten eigentlich nicht mehr leben kann. Mein Name ist Norbert Natusch, ich bin 77 Jahre alt. Im Allgemeinen nennen ich mich Number One. Und zwar hängt das damit zusammen, weil ich diesen Harley-Davidson Club Deutschland gegründet habe und bin Mitglied Nummer Eins. Dieses Fahren mit dem Motorrad hält auch jung. Man ist also nicht nur mit Älteren wie ich, sondern auch mit vielen jungen Leuten zusammen. Und man wird gefordert. Und dann wollte ich mich auch nicht abhängen lassen von den jungen Leuten und habe mir also ein Smartphone gekauft. Schon alleine, dass man damit fotografieren kann. Früher hatte ich schon den Fotoapparat oben hängen oder in der Tasche. Heute mit dem Doro mache ich ein Foto und schicke das meinen Freunden. Was ich ganz wichtig an diesem Smartphone finde, ist, dass da ein Notrufknopf dran ist. Das heißt, wenn einem was passiert, drücken und entsprechende Personen werden benachrichtigt und sie können feststellen, wo ich bin. Das Einzige, was ich bemängeln muss, ist, es ist kein Startknopf für meine Harley dran. Das heißt, wir sind derzeit noch Mal am flogen. Das ist Mertes Leben gemachtenko. Das ist Mertes Leben und dem sind génial. Machete und anders.